so jetzt wollen wir DEPART will noch. der prototype ist hier da, ich hab jetzt keinerlei ahnung das ist aber so ultra realistik horror geben so wie an record was im moment letzt aufgetaucht ist ich guck mal für eben fünf minuten ein sobald ich mich einmal strecke bin ich aus der nummer raus aber wir gucken mal rein ich bin jetzt am spiel ist auch so ok mein sehr schönes spiel ist gerade schlecht so viel sehen wie ich nicht ok da komme ich im selben raum raus sehr lustig mit einer lampe aber hier siehst du ja die steuerung siehst du ja nix wir haben etwas licht und eine waffe natürlich kommen wir jetzt hier nicht lang da ist mich dran drehen am brettchen klar oder sonst für die musik nicht hier wenn man eine waffe sehr direkte steuerung das wirkt das wirkt in sondern wo in sommer irgendwie zu viel besser ok jetzt müssen wir eigentlich mal hier die tür aufschließen da ist der galerie laden mal nach wer weiß was kommt ok hier geht nichts auch nichts ich sehe nichts und hier ist ein raum und der ist einfach nur struktur hier siehst du 0 außer die wand das ist natürlich scheiße wenn ihr alles ok also dann schocken fängt euch doch nicht dass ich irgendwas finden könnte was ist denn jetzt empfiehlich tonne die tonne weg dunkler gang das ist jetzt in der funktionen da ist noch was hinter wir haben doch hier in diesem moment irgendwas außer die kippen das nächste sind aber können auch springen hier ist jedenfalls ein gang hinter wo ich hasse dann wenn da so dunkle ecken sind kommt doch immer in der scheiße aus so ist das eklig wie wir denken rädchen drehen das hier vielleicht das also keine rädchen drehen diesmal ganz viele römer einfach nur trash kann also so wirklich es ist ja auch nichts zu sehen ist jetzt ein lamp und die leuchtet auf dem stuhl eine taschenlampe okay das ist das ist besser allerdings darfst du dabei nicht hatte nicht gerade noch im kopf hatte doch noch im kopf erzählen wir noch keine geschichten der hatte doch noch eine rübe der hatte doch noch eine rübe längst wenn ich jetzt ein tatschen haben habe sehe ich auch mehr das heißt in den dunklen räumen wo ich war dass ich auch mehr sehen können hier bin ich gerade gewesen ich blöd man das heißt ich müsste ja mal zurücklaufen zu den enkeln nein nein vergiss es genau aus leck mich also ich ich ich